So, jetzt sind wir auch mal dran hier, San Francisco, Golden Gate Bridge, wunderbares Wetter und die ist tatsächlich auch zu sehen. Haben wir also heute mal richtig Glück, dass das funktioniert hat. So, zufällig bin ich natürlich auch da. Guck mal zu, der, der. Ja. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank. So, ein Blick hier auf die San Francisco Bay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Schöner geht es nicht. 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 So, lass uns doch mal so die Richtung gehen. Wo ist es? Ja, dass wir auf dem Bild sind. Ja, komm. Geh du erst mal. Dann kannst du gucken, ne? Ja, geh du erst mal, dann kann ich mal gucken, wie das aussieht. Ja, geh mal weiter. Ja, geh mal wieder auf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, und hier ganz hinten. Mal sehen, ob ich das dann auch noch erwische. So, noch ein bisschen zurück, holt da Alcatraz rein. Mal gucken. Das ist Alcatraz. Und da denke ich, dass wir das morgen auch noch fünf sehen und die Insel und den Felsenblock aufnehmen können. So, noch ein paar Minuten. Ja, bitte. Die Bridge in the back? Oh, hier, sorry. Sure. I'm sorry, thank you. What do you want me to do? I want to get the Bridge in the back. Okay. What are you doing? I want to book for our anniversary. That's all. Okay. Awesome. So, where all are you taking pictures? To get more of the Bridge in the back? Not you, just the Bridge. Oh, okay. Okay. Sure. Thank you so much. Thank you. Oh, you're welcome. I want to do it. Okay. Good. I want to do it. Okay. Good. 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 This is a good picture. Is that good? Ja, das sind Aufnahmen, so haben wir uns das gewünscht. So, da hat jetzt die Golden Gate Bridge passiert und wir machen uns mal auf den Weg zu Fisherman's Wurf und gucken mal, ob wir da so eine Kleinigkeit zu essen bekommen. Wir sind ja drauf, überall, fast überall auf den Weg an. Das ist so cool. Das ist so cool. Danke schön. Ja. Das ist so cool. Das ist regelrecht Sturm hier. Dann nochmal, das ist also hier Downtown San Francisco, auch aufgenommen ungefähr Höhe Golden Gate Bridge. Das ist also nicht so, dass da... keine Hochhäuser werden. Die gibt es also auch in San Francisco. Vor allem nicht so viele. Ja, das stimmt schon. Das ist kein Vergleich mit Washington, New York oder Chicago. Chicago. So, ein letztes Mal. Ja, wir beide gehen aber nochmal eben hier. Ja, das ist schon mal. Ach so, das war ich. Ja, wir beide gehen. Ja, wir beide gehen. Ja, wir beide gehen. Ja. Wir haben hier eine große Karte. Wir haben hier eine große Karte. Wir werden hier einigen. Wir sind hier einigen. Wir haben diese Karte noch nicht funktioniert. Wir haben hier einen kleinen Karte. Wir schauen uns, dass wir hier einigen. Wir schauen uns an. Okay. Okay. One, two, three. Okay. One, two, three. Okay. I'll talk to you later. Okay. One, two, three. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein, nein, nein. was? Das ist ein schönes Licht. Hier ist es unser Gesicht, aber es gibt ein Kranium. Vielen Dank. Aber vom Wetter her ist das schon eine gute Sache. Ich habe das schon eine gute Sache. Ich habe das schon eine gute Sache. Ich glaube, wir müssen gehen alle. Ich habe das schon eine gute Sache. Ja, dann gehen wir aus Wildern und nehmen wir den Rest hier noch. Oh, ja, sure, ja, sure. Ich habe das schon eine gute Sache. Ich habe das schon eine gute Sache. So, das ist hier die Ablägestelle in San Francisco. Ich habe das schon eine gute Sache. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR